Grüß Gott, mein Name ist Waidl. Was wollen Sie? Da war gestern von Ihnen ein Herr da, wo ich dann sieben Versicherungen unterschrieben hab. Jetzt hab ich mir gedacht, ob ich nicht die eine oder andere Versicherung loswerden soll. Die Klopfen sind da! Sie, und das nächste Mal, wenn's reinkommen, dann klopfen Sie doch bitteschön an, gell? Ja. Witz! Wir haben fast Dienstag, es ist niemals mehr da. Sie, ich suche den Herrn vom Melling, haben Sie den gesehen? Wir sind schließlich erwachsene Menschen, oder? Der Sohn, der bist du! Ich glaub, ich werd auch gesessen. Das gehört ganz deutlich gesagt, dass des ein riesen Beschiss ist mit den Versicherungen. Ich bin ein Vampir, ich bin ein Vampir, komm her, ich spieß da in der Hals, komm her, ich spieß da in der Hals. Ich bin ein Vampir, ich bin ein Vampir, komm her, ich spieß da in der Hals, in der Hals, ohne Salz. Hehehehe. Sch победator. Ja, ich bin turner Ön. Auf den herein... ... ho İstanbul!